Norddeutscher Rundfunk 2021 Tradition. Ja, ich wollte den nächsten Schritt machen und körperlich war dann auch einiges, was ich verbessern wollte und das habe ich halt getan. Ja, ich bin super zufrieden. Ich bin natürlich hier in eine andere Situation gekommen, als ich in Ehingen erlebt habe, in einem Playoff-Team und wollte mich einfach so schnell wie möglich entwickeln und auf den Stand von den anderen Spielern kommen und habe das, glaube ich, gut geschafft. Ja, ich empfinde ihn als Konkurrenz, aber das ist ja nichts Negatives. Ich denke, wir werden uns beide das ganze Jahr lang pushen und besser machen und das ist was sehr Positives in meinen Augen. Ihr habt letzte Saison alles gegeben und ich hoffe, ihr gebt diese Saison wieder alles. Ihr seid der sechste Mann auf dem Feld. Geist, Foto Schuss Glockenbund Geist, Foto Schuss Geist, Foto Schuss